Ich geh jetzt weg oder ich schubste dich. Hast du das verstanden? It's not positive. Man malt jedem Arm ein Bild. Es ist dann gelungen, dass alle beim Rausgehen sagten, geile Leute, geile Mucke, geile Stimmung. Das ist wirklich ein absurder Beruf. Ich bin Exzessbetreuer und deshalb schenken wir die Menschen positive Aufmerksamkeit. Also ich vermeide es, diese steife, trockene Ausübung von diesem Job zu haben. Dass die Jungs, die sollten halt Spaß haben bei der Arbeit. Du bist die oberste Mediator. Im besten Fall hat ja jeder Club oder jede Zeit, jeder Woche irgendwie Spuren hinterlassen oder Leute geprägt und ein Lebensgefühl ausgemacht. Ich glaube, alle oder jeder, den es betraf, muss erst mal lernen, was Freiheit überhaupt auch bedeuten kann. Und die Leute haben diese Plätze besetzt, diese Häuser besetzt. Und das fand ich halt so anziehend, dass das Studium nicht mehr interessant war. Ich bin dann in diese Club-Szene eingetaucht. Und es waren so Orte, die ich als total wiedervereinigt empfand. Ich wusste schon, zwei Wochen, nachdem ich in Berlin war, da stimmt irgendwas. Und dann eben, dass halt so viele interessante Menschen sich da treffen. Ich finde es ganz großartig, dass immer wieder neue Läden aufmachen. Ich finde es genauso tragisch, dass andere wieder zumachen. Aber auch das gehört irgendwie mehr dazu. Wenn ich mal den zeitlichen segne, dann komme ich bestimmt in so eine Hieronymus-Bosch-Zwischenhölle, wo ich immer irgendwo klopfe. Und die sagen, nee, du nicht. Ja. Ja.